Wunderschönen guten Morgen Team Frühaktiv! Werdet langsam wach und kommt herein! Wir haben heute wieder einen wunderschönen Dienstag mit einem wunderschönen Update! Und diesmal wird's wirklich wunderschön! Wir haben mehrere Sachen, die wir erwarten können. Rocky Reels, der Kampf wird endlich beendet. Und bei Tilted Towers geht dann der Krieg los. Ne, zwischen der IO und den 7, das ist schon mal die erste Sache. Hubschrauber können wir wahrscheinlich auch erwarten, weil in der Ankündigung von Epic stand, dass wir auf neue Höhen erreichen werden. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das was mit Hubschrauber zusammenhängt. Würde ein bisschen viel sein, aber auch viele sehen darin natürlich das Star Wars Update. Lichtschwerter, alte Star Wars Skins, wobei ich die Star Wars Skins wahrscheinlich erst in den nächsten zwei Tagen oder so sehe. Vierter Mai, fünfter Mai, je nach deutscher Zeitrechnung und so weiter. Alles sehen wir im Livestream auf twitch.tv slash heystan. Können wir uns jetzt zusammen versammeln, Leute. Und das neue schöne Update angucken mit neuen Skins, Leaks. Ihr holt euch wieder das Item Bundle, Punkte, was auch immer ihr braucht. Oder habt einfach eine schöne Zeit. Und das hoffe ich doch. Deswegen hereinkommen und bis gleich.